Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Part. Ich bin wieder euer Avenger und ja, wir sind wieder mal bei The Walking Dead Season 2 Part 12. Also wir sind beim zwölften Part im Moment und ich wollte mich erstmal ganz krass bei euch bedanken für die vielen Abos, die ich die letzten paar Tage bekommen habe. Die 137 oder 38 sogar haben wir schon geknackt, sensationell von euch auf jeden Fall. Wie schon gesagt, wer jetzt schon ein paar Parts verpasst hat und so, der schaut am besten mal da oben in der Infocard rein. Da werde ich jetzt nochmal den ersten Part verlinken, beziehungsweise die sie sich mit The Walking Dead überhaupt gar nicht auskennen und die erste Season schon verpasst haben. Für die habe ich dann auch direkt hier oben eine Infocarde zu Season 1. Wie schon gesagt, wir legen jetzt direkt auch mal los. Ich hoffe, ihr habt beim letzten Mal sehr gut aufgepasst, dass ihr den Anschluss nicht verliert und so. Und ja, wie schon gesagt, schauen wir mal, ich hoffe, es kommt nun mal ein Rückblick, aber ich denke schon, was mich jetzt gerade so ein bisschen schockiert ist. Ah, okay, es hat zwar lange geladen, aber... Ich kann gar nicht so sein, wie soll ich ein Kind erzeugen? Ich war nicht wahrlich, als ich euch alle in der Lodge kam. Oh ja, das war... das war eine krasse Aktion, ne, ey. Nein! Nein! Stopp' mich! Knie! Knie! Ich kann jetzt auch nicht spoilern, nicht? Aber vielleicht sehen wir das ja eh gleich. Ne, sehen wir gar nicht. Also, wir haben uns auf jeden Fall, ähm, wie schon gesagt... Äh, erst zeigen sie die Einsequenz und jetzt das. Okay, cool, nice. Haben sie ein bisschen verwischt. Hö, das kann aber nett sein. Wir haben es uns doch mit angeschaut, eigentlich. Oder hatte der das gar nicht abgespeichert? Ah, so stimmt, ich habe das auf einen anderen Spielstand gemacht, ähm... Da konnte ich nämlich nicht mehr schnell genug drücken. Das hatte ich aber erwähnt, glaube ich. Ich habe das nochmal durchgespielt. Achso, und hier haben wir übrigens uns entschieden... Also, ich habe mich entschieden, den Arm nicht abzuhacken. Ich hoffe, ihr versteht das. Jetzt geht es übrigens weiter. Und, ich weiß nicht, ob ihr es schon gemerkt habt... Ich hoffe, ihr merkt das überhaupt auch. Ähm, ich habe noch ein bisschen an der Grafik umgeschraubt. Jetzt läuft es noch ein bisschen flüssiger. Ich hoffe... Ich hoffe mal, dass, ähm... Das Aufnahmprogramm uns das herüberbringt, wie ich das gerne gehabt hätte. Okay, wie schon gesagt, sie wurde gebissen. Wir müssen jetzt durchhalten. Und ich glaube, wir müssen jetzt auch ziemlich abhauen. Uns wird schon was einfallen. Ich bin tot. Du bist noch nicht tot. Wir haben... Wir haben etwas herausgefunden. Wir müssen uns aus hier rauskommen. Ich glaube, Kenny hätte es mir auch nicht wirklich verziehen, wenn ich, äh... Oh, mein Gott. Holy God damn. Äh... Habe ich getroffen? Ja, Gott sei Dank. Ah, Jesus Christ. Oh, 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 oh. Okay. Oh! Da hat es ein Nick getroffen. Äh, okay. Nice, little. Wir müssen hier weg. Wir müssen ganz dringend hier weg. Seh zu, dass du dich bewegst, Martyr. Bam, bitch. Oh nein, meine Achse ist weg. Oder wir ziehen es wieder raus. Das kann natürlich auch sein. Komm, verpiss dich. Ja, genau. Gib mir die Achse wieder. Perfekt. Komm schon, komm schon. Genau, schmier dich nochmal ein. Das ist das Beste. Okay, neue Erwundschaft. Blixer. Ah. Ah. Stopp. Hey, God. I can't find anybody. I know. What are we doing? Oh, Luke was with me, but... We're still covered in Walker guts. Look. The walkers are still moving to our park. We can make it out if we stick to... I'm glad you're here. Oh, God. We can watch each other's bed. I'll stick with you. Thank you. We need a clear path to the trees. Maybe they're thinning out somewhere. Do you see anything open in this? Anything? Oh, my God. Äh, hallo? Wir haben doch... Gerade eben war da doch eine Lücke, oder? Ehrlich, hat jetzt diese eine Millisekunde wirklich gereicht, um mich umzubringen, ja? Beziehungsweise, wir hatten ja nur diese Millisekunde gerade Zeit. Das ist... Boah, also manchmal verstehe ich das echt nicht. Hätten sie mich auch gleich umbringen können, statt da noch eine ewige Sequenz zu zeigen. Oh, jetzt muss er da schon wieder durchkauen. Ich hoffe, beim nächsten Teil ist die Zwischenspeicherung, äh, ein bisschen besser. Ich hoffe, dass die Wälder und Walker gut sind. So? Look! The Walkers are still moving to the Hardhurst. Ich kann mich nicht aus, wenn wir zu... Ich bin glücklich, dass du hier bist. 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 Ich kann das nicht tun. Du musst mich helfen. Bitte. Wir können nicht zusammenkommen, wie das. Es ist besser, wenn wir auszuhalten. Du, zwei, bist du gut. Nein, du verstehst. Wir müssen alle zusammenbleiben. Ist das sicher? Genau das Gegenteil. Oh mein Gott, ey. Ich hoffe, die schafft das, ey. Der erste Seite von ihr. Ich brauche dich, um ihr zu erinnern. Ich werde jetzt nicht jemanden bebeten, oder? Seid mich. Ja, das ist in der Serie hat das die Michonne auch gemacht. Das ist echt cool und so. So, jetzt laufen wir einfach mal los. Ich hoffe, dass nichts passiert. Weil einmal sterben reicht, glaube ich, pro Part. Obwohl ich dieses auch schon geknackt habe, wenn ihr euch erinnert. Wir laufen noch zügig voran und trotzdem füllt sich der rote Bildschirm. Also das ist... Obwohl, vielleicht ist das einfach nur, um ein bisschen die Pumpe zum Rasen zu bringen, ja. Die Alter hat es echt drauf. Mein lieber Scholli, ey. Ja, das war ja schon mal ein guter Anfang. Episode 4. Inmitten der Ruinen. Ich kann mich ein bisschen dran erinnern. Ich kann mich ein bisschen dran erinnern. Ich habe schon gesagt, ich habe vorhin ein bisschen an der Grafik rumgeschraubt, beziehungsweise in den OBS-Einstellungen und es hat echt verdammt gut funktioniert. Also ihr seht ja, es ist... Ist... Ist alles okay? Nein, ich bin nicht okay. Aber es wird viel besser, wenn wir mit den anderen kommen. Ich muss sicher, dass alle anderen es rauskommt. Luke, Sarah, Kenny... Klar haben sie es geschafft. Mensch, jetzt machen wir nicht so ein Ding. Also, ich denke, ich denke mal, ihr seht es, ich sehe es auf jeden Fall, dass es deutlich flüssiger läuft beim Zocken. Sorry. Jesus. Ich weiß nicht, ob wir sicher sind. Was, wenn die Herd uns noch folgt? Wir sind gut. Es war kalt, aber wer weiß. Wir müssen weitergehen. Wir sind gut. 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 Wir müssen ein guter Zeit halten. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich bin so schnell wie ich kann. Ich weiß, dass ich mich glücklich fühlt, dass wir uns erholt haben. Aber ich kann nur nicht mehr Gedanken über die anderen denken. Wie kann ich die Elfen hinterlassen? Ich weiß. Wir haben alle bereitgestellt, um die Herd zu entfernen. Aber vielleicht sollten wir besser sein. Wir haben etwas besser gemacht. Es funktioniert. Wenn du das funktioniert hast, wir könnten... Ich weiß. Der Plan funktioniert. Wir sind weg. Die meisten von uns. Ich weiß. Ich weiß, dass einige von deinen Leuten nicht erholt haben. Aber Carver war verrückt. Staying würde nur die Inevitable haben. Ich sage nur, dass wenn die Leute nicht panisch waren, vielleicht besser geworden sind. Natürlich. Wir haben panisch. Wir haben Angst. Der Plan war gut. Die Erholung war das verletzte Teil. Das klingt ein enormes Gefühl, wie du sagst, du würdest sagen. Was? Nein, das ist nicht das, was ich sage. Ich habe nur... Ich muss mich aufhören. Ich bin sorry. Ich will uns nicht aufhören. Ich will uns nicht aufhören. Kann ich nur einen Moment haben? Ja. Wir nehmen einen Moment. Danke. Ja, kommt da noch die Traum. Elvin dazu, ne? Was? Ist... Ist... Alvin... Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Willst du dir gut sein? Was sollst du damit machen? Was sollst du damit machen? Ich weiß ganz genau, was sie damit meint. Sehr geil. Ich weiß ganz genau, was sie damit meint. Ich weiß ganz genau, was sie damit meint. Ich bin nur auf das Schlimmste-Szenario. Sie und Clem wollen nicht, dass sie ein Baby von dir selbst aufhören. Nicht hier draußen. Ich meine nur, es wird Essen brauchen. Und, du weißt, andere Dinge. Ja? Und? Wir schauen uns nach. Zusammen. Auch wenn das passiert, kannst du nicht immer alle beschützen. Oh, das ist nicht gut. Hey! Ich habe es schon gesehen. Nachdem es angefangen hat. Ich und meine Freundin, wir waren... Sie stirbt? Ich brauche nicht deine Angst. Du hast nicht... Du hast nicht das Recht. Jane! Scheiße, ich wollte nicht... Scheiße. Jane, warte. Oh, verdammt. Verdammt. Du kannst nicht nur sitzen hier, nichts zu tun. Ich weiß, ich weiß. Sie werden bald hier sein. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Es war so lange. Wir haben angefangen. Wir haben angefangen, dass keiner mehr zu machen würde. Achso. Beside. Jetzt, hoffentlich, wir können... ... ein Plan herausfinden. Wie ist Sarita? Ich versuchte mit Kenan. Er hat mich überrascht. Er hat mich angefangen. Er hat Angst gemacht. Ich weiß, er wahrscheinlich nicht bedeutet. Aber es war Angst. Stirbt sie so schnell? Das habe ich gar nicht in Erinnerung. Ich liebe es nicht. Sarita ist auf der Weg raus. Sie wird wahrscheinlich bald schlafen. Ist er, ähm... 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 Ich weiß, dass es nicht schön ist. Aber es ist besser als die Alternative. Es ist nicht unsere Entscheidung zu machen. Aber es ist derjenige, der muss zu machen. Aber es ist derjenige, der muss sich gemacht werden. Wir sind bereits auf der Krieg genug genug, ohne einen Walkern, um zu beschäftigen. Ich weiß, Kenny. Er wird die richtige Sache machen. Auch wenn es schwer ist. Alles, was ich sage, ist, ist, dass er da ist. Wenn er es will. Clem? Ich dachte, jetzt, dass du hier bist, vielleicht kannst du mit ihm reden. Okay. It's all right, Serena. It's gonna be okay. I'm gonna be here with you. Right till the end. Hi, Kenny. You think I don't know what y'all are whispering about over there? I said we just wanted a little fucking time alone. To say goodbye. Shh, shh, shh. It's okay, babe. It's okay. We're gonna get through this. We're gonna do what we gotta do. Gonna play the shithand that this shit world dealt us. Kenny. I'm so sorry about Sarita. You hear that, babe. Clem says she's sorry. Don't that make you feel better? They sent you over to do their dirty work for them? They sent you over to do their dirty work for them? That the kind of man you are, Mike? Sending little girls to do shit for you? I tried to save her. Look at her. I said look at her. She is going to die. Because of you. Sorry. It'll all magically go away. That's not how it works. Now for the last time. Just leave us alone to say goodbye. I'm going crazy just sitting here and waiting for you. Just give it time, Mike. Just give it time, Mike. And Sarita. Clem. How did it go? Yeah, how did it go? Kenny's really mad at me. Clem. You can't just expect him to bounce back. That man's going through. At least you tried. Still, it doesn't exactly help us figure out what we're gonna do now. We got no food, no water. It's getting damn cold. And we're losing daylight fast. When the others get back, they'll know what to do. Luke will have a plan. We thought Kenny would have a plan. Mike. Honey. Mike's got a point. You can't just keep sitting around waiting. Things are difficult enough right now, and soon you'll have a baby on your hands too. What? Suddenly you're pretending to be concerned? Seeing you people floundering the minute things don't go according to plan has just got me on edge, alright? This was the meeting place. We should stay here and try to make it safe. Clementine's right. If we leave here, they'll never find us. Okay, fine. In the meantime, I'll take Clem and we can go look that way. See if we find him. Clem took good care of herself back at Carver's. I want her watching my back. If they're alive, they can't be far. We can find them. One way or the other way. Thank you. Listen, Rebecca. If anything goes wrong here, you got something to protect yourself? I've got this. You don't think I'd need to. I don't know. But you better keep that close. Come on, Clem. Ich bin gespannt. Und das Bild passt eigentlich besser, wie manche jetzt glauben. Weil ich mein, wir machen ja demselben Scheiß gerade durch. Ich bin auf einem Level mit dir. Ich habe nur einen Entschuldigung, um ein bisschen rauszukommen. Und du solltest wissen, dass deine Freunde finden, das ist ein Schuss in der Nacht. Ach, jetzt auf. Sie will mich mitnehmen. Sie will mich mitnehmen. Und, naja. A lot of times. Es ist besser, zu sein eigenes. Ach so, und das heißt, ich soll jetzt ganz alleine als kleines Mädchen, ne? Du willst nicht hier sein, wenn sie sich anfangen. Sie anfangen auf dich? Sie anfangen auf dich? Es sind gute Leute. Wir helfen uns zusammen. Ich kann das nicht verlassen. Du wärst mir überraschst. Wie viel Hilfe ist Kenny gonna sein? Was er durch? Er ist mehr ein Verhältnis als alles. Und Rebecca's... Situation ist nicht machen Dinge besser da hinten. Du hast genug Menschen verletzt zusammen, und alles du hast sind verletzt. Du hast nur auf dich selbst gehalten, das ganze Zeit? Natürlich nicht. Aber manchmal musst du das schwerer Weg lernen. Ich versuche dich zu retten. Für was es ist, ich mag die meisten der Leute in deinem Krupp. Aber die Gruppe zerrehen. Die Leute werden verletzt. Dann, warum hast du mich mit dir gebracht? Ich versuche dir nur die Werkzeuge, die du musst. Wie dein Jacket. Sie sieht warm, aber... Ein Walker? Ein Bisschen drüber. Meine Schöne, Jamie, hatte einen guten Leiter. Ich wünschte, dass ich es noch hatte. Aber du könntest. Was? Ich könnte was? Nichts. Es gibt Dinge, die ich auch nicht erinnern kann. Es gibt Dinge, die ich auch nicht erinnern kann. Aber es ist... Es ist lustig. Es ist wirklich leicht zu sein. Oh? Du kennst dich. Schrauben sie ihre Schöne. Schrauben sie die Schöne. Schrauben sie die Schöne. Schrauben sie die Schöne. Auf der Grund. Ich meine, ich habe die Schöne da. Ich versuche, ich sollte es rausziehen. Ich weiß gar nicht warum. Ist das wirklich so, eine Schöne zu haben? Nein. Nein. Es ist nicht alles schlecht. Aber... Was konnte ich machen? Sie dachte, dass ich sie beste Freundin war. Ich kann nicht gehen. Nichts. Nichts. 毅 Sommer gehen wir in dieses Amusement Park in Virginia. Aber das beste Teil war nicht die Schöne. Es war, dass niemand uns da wusste. Und ich... Ich würde sagen, dass wir keine Schöne sind. Nur Freunde. Die Schöne sind. Jackpot. Ich hoffe, diese Walkers haben einige gute Sachen. Das ist nicht zurück. Mal sehen, was er hat. Ja. Wir müssen ihn ausprobieren. Aber du wißtst warum, nicht? Nur weil sie frisch sind. Mal sehen. Mal sehen. Die alten Walkers sind ein Verlust von Zeit. Sie haben Kreditkarte und die alten Pager. Aber diese sind nicht so lange vor. Sie waren Survivor. Sie haben mögliche Sachen. Mal sehen, was er hat. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Bei dem einen hat sie ja schon durchgestochen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Hast du toll nach ins Sil siten? Hm. Er sieht aber auch schon nicht mehr so frisch aus. Okay, bei den anderen hat es doch auch allein geschafft. Oh no, das ist die Brille von Sarah. Oh nein, Ben... No, Nick... Ola? Ja, Nick, oder? Holy God damn. Na, als hätten wir das nicht schon mal gemacht, ne? Na ja, komm. Oh, du nennst den Kiefer. Weißt du, die ganze Zeit treffen mit einem Schlag, mitten im Gefecht. Jetzt hat sie jede Menge Zeit und haut erst mal zweimal daneben, Alter. Rausziehen wäre keine schlechte Idee. Das ist gut, es ist fertig. Wenn es zu Ende kommt, wenn Luke oder Sarah oder jemanden muss, dass du bereit bist, musst du bereit sein. Ich weiß, dass du das nicht mehr schreckt hast. Du weißt, das, oder? Ich weiß. Ich habe das schon gemacht. Das Hachet von deinem, scheint es zu verletzen zu werden. Es wird dich verletzt. Hier, benutze das. Sehr effektiv. Wir können das tun. Sie klingen nicht zu gut. Die Klocken sind fertig. Ich bin bereit. Ich weiß, wie du bist. Wir müssen einen besseren Blick bekommen. Was machst du? Warum machst du das? Wie bitte, du gehst den nahen, und ich helfe den anderen, um den anderen zu holen. Gehen wir es. Gute Arbeit. Du weißt, was du machst. Jetzt fahre das. Ich habe eine schönere Ausstellung in deinem Arsenaal. Herr, was das? Was the hell?! Take out the knees first, then put a knife in the back of its head when it's down. Alright, let's get a look at what we've got on deck. Not like this! You can't do this! Help me! Glad you're paying attention. Get away! Yeah, most of these guys are going to have nothing on you. But it's worth taking a look, when it's not too risky. Let's go! What should we do otherwise? You did the new thing. Nice trick, huh? Where are you? Daddy! That's a lot of walkers. They look worked up about something. And what gets the interest of the dead? People. People. How do we get in? If we can make enough noise on this side, we can lure those walkers over here. Then we might just be able to go through that other trailer and get your friends. What do you think of that? I mean, I'm just making it up as I go along. Let's make some noise. Right. Alright. Sarah, live! What's going to grab their attention? I got you covered. Hmm. What's going on? What's going on? Come on! Okay, das wird's wohl nicht sein. Wir gehen mal ins Auto. Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Glück. Wir haben keinen Key. Aber die Hupe... Dammit, nicht mehr! Das ist gut, aber wir müssen es irgendwie gehen. Schlüssel? Gehen wir mal verlassen. Mal gucken. Ähm, wir schauen mal, was die so bei sich haben. Wenn wir die überhaupt durchsuchen können. Ja, komm. Auf geht's! Ach, ich krieg's nochmal halten. Kasper, ihr... Wurde zum Bizeps, Alter. Es funktioniert. Es funktioniert! Komm schon! Oh, oh! Oh, oh! Wie schon gesagt, schreibt mir in die Comments, wie ihr den Part fandet. Wie ihr meine Entscheidung fandet. Ob ich etwas verbessert hätte haben können oder so. Und, ähm, wie schon gesagt. Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Zum Beispiel der Channel of the Week von letzter Woche. Ähm, weil am Mittwoch kommt ja schon wieder ein neuer. Letzte Woche war's Tom Brani. Wer diese Woche dran ist. Werde ich jetzt euch nicht verraten. Sonst ist ja die ganze Überraschung verreckt. Also, wie schon gesagt. Ich mach jetzt, glaub ich, noch ein bisschen weiter. Aber, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. In diesem Sinne. Ich bin euer Avenger. Macht's gut. Bis dann. Und so. Ihr wisst, was ich mein. Und, oh, mirand.